Freunde, was geht ab? Es ist wieder Oktoberfest-Zeit on SoftEast. Oktoberfest! Oktoberfest! Die Wiesen haben begonnen und was darf natürlich nicht fehlen. Niki Stemmler auf meinem Kanal. Das darf nicht fehlen. Das darf nicht fehlen. Da bin ich wieder, da bin ich wieder. Wir sind heute zu Hause bei dem lieben Paul Frege. Der hat uns alle eingeladen, hat uns wirklich das beste Frühstück bereit. Weißwürstchen, Brezel und Bockwurst gebraten. Danke, Mann. Und sehr viel Bier für euch. Wir gehen heute ins Oktoberfest-Zelt rein und ihr seid mit dabei. Kommentiert mal, wer am besten aussieht. Paul Frege. Zeig mal deinen Klackmann hier. Der ist so cool. Der ist auch was von den Vasen. Wer sich an den Vlog erinnert vor anderthalb Jahren, wann mag man dich zusammen Cannstatter-Vasen-Frühlingsfest. Auf der Bühne. Auf der Bühne. Einmal kurz, Dave und Luca mal bitte kurz reinschneiden. Nein, mit Tarracus und ne Säule zu viert. Niki, Niki, Niki. Was war das denn? Du denkst, da schneiden wir, ne? Da schneiden wir. Und jetzt einmal Cut rüber zu Max. Dreht mal kurz Carsten einmal. Ich bin, mein Bier ist leer. Alles gut. 4. Oktober. Unser Song Redehalten. Niki und Marc Eggers. Das Ding geht ganz weit nach vorne. Ne, echt mal kurz. Danke, Marc, dass ich Teil des Projekts sein darf. Das bedeutet mir echt. Wuhu! 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 Evenlo-ich! Wuhu! Wuhu! Haaaaaah frequency? Na na... Das ist die jene fand war. Das ist die jene fand. Hey-True. David says try to make it better. Na 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 na. Hey-True. Gettet. Hahaha. Hahaha. Das erste Bier des Jahres. So, mir gefällt die Kameraführung von Karsten überhaupt nicht, deswegen habe ich mir jetzt die Kamera genommen. Hallo. Endlich ist auch Nico mal da. Ich bin noch nicht in Stimmung, ne? Also, ich bin in Stimmung. Oh, warte mal, Nico geht rein. Ach, geil. Ich bin ein begnadeter Zigarrenraucher. Da habe ich mir ein paar Modelle eingepackt. Ja, da wird sich gleich was genehmigt. Ich freue mich schon sehr darauf. Wow, das ist eine geile Farbe. Deines Outfit. Alter, okay, das ist wirklich krass. Ich habe mich wirklich lange auf den Tag vorbereitet, weil ich auch endlich mal wieder Bock hatte, eins zu trinken. Und dann bin ich noch mit so einer heftigen Säuferbande unterwegs wie euch. Also, ihr seid die schlimmsten Trinkler, die ich gekocht habe. Ihr beide. Heute wird noch richtig einer aufgespielt. Wir sind noch nicht mal im Zelt und Niki trinkt schon Wasser. Marc und ich wollten einmal ganz kurz eine Performance zwischendrin einführen. Okay. Hey, hört mal alle zu. Denn ich will jetzt ne Rede halten vor dir und dir und du. Auf Ex in einem Zug. I have a dream. Ich brauche Katsch. Wie much you lose the cake. Marc hat das im Studio nicht hinbekommen. Deswegen mussten die KI verwenden. Nein, das mussten wir nicht. Nein, das mussten wir nicht. KI! Marc hat es nicht geschafft, das zu singen. Deswegen haben wir KI für den Part verwendet. Also, meine eigene KI-Stimme. Das ist ja dasselbe. Aber ist das okay, dass wir das öffentlich sagen, dass du nicht gut genug singen konntest? Also, ich glaube, jeder Mensch da draußen weiß, dass ich gar nicht singen kann. Ey, ich hoffe so, dass die Kontrolle kommt, Läger. Ich bin der Einzige, der hier einfach ein Ticket hat. Ein Bier sagt mehr als tausend Worte. Ich hab'n Puff. Und meine Puff-Mama heißt leider. Gotta take a love and take me away from you. Ich will Marc Eggers heute nicht mehr sehen. Nimm dein Ding, nimm dein Ding. Warte. Marc Eggers holt. Er holt. Marc, vielen Dank für den Job. Brauchen wir teilen. Gut im Saft. Jetzt haben wir hier ein Special. Hier kommen die drei kleinsten und gleichzeitig bestaussehendsten Damen. Deutschland. Ja, ich hab' keine Ahnung, was geht dir an. Big Mom, Big Mom. Und? Ani, Totoro. Ai, 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 uuuh. Ja, das ist geil, das ist München hier. Schau mal rein hier, Carsten. Schau mal rein. Das ist doch geil. Wie erstes? In deinem ganzen Leben? Ja, so. Aufmerksamkeit. Ja. We are the world. We are the children. We are the ones to make a brighter day, so let's start deep in. Ich hab' aus ein paar Luftballonsgrund, Paul. Ich hab' aus ein paar Luftballonsgrund, Paul. Silber. Mich seit mich am Boden. Alles flass und grau. Sie ist gut. Und hier? Danke, aus Paulaner Zelt. Wo ist mein Schokoladensoufflé? Okay, Freunde, wir sind am Ende. Oktoberfestvlog 2024. Wir sind raus. Ebenen? Wir sind raus. Schönen Abend, euch noch. Popswege, beenden das Video. Hey, Leute, an der Stelle würde ich einmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal. Ja, schaut Marc Eggers Video, weil Marc Eggers ist ein wirklich feiner Fan. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Leute, seid ihr bescheuert, dass ihr denkt, dass das Video zu Ende ist, wenn Marc ein Outro macht? Jetzt geht das Video erst los und Cut in den Club. Liebe Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterinnen, ich möchte wie jedes Jahr meine Jahresabschlussrede halten. Es war ein unglaublich erfolgreiches Geschäft. Hey, hört mal alle zu, denn ich will jetzt ne Rede halten vor dir und dir und du auf Ex in einem Clou. Hey, hört mal alle zu, denn ich will jetzt ne Rede halten vor dir und dir und du auf Ex in einem Clou. Jaaaa! Schatz, Robben!